Hallo und herzlich willkommen zu Forza Motorsport mit einem kleinen Achievement Guide. Heute geht es um das Achievement harter Wettbewerb. Hierfür müsst ihr zehn Rennen gegen die schwierigste Computer KI absolvieren. Genau, absolvieren, nicht gewinnen. Und das machen wie folgt. Wir nehmen folgende Einstellung vor und zwar in einem freien Rennen, was wir uns erstellen und dort schrauben wir die Anzahl der Computer Gegner einfach auf 0, Rundenzahl 1. Dazu die Strecke Indianapolis wählen wir uns aus und dann einfach nur den Rundkurs und starten diesen. So, nachdem die Strecke nun geladen ist, begeben wir uns auf dem Menü Schwierigkeitsgrad, stellen die KI auf höchsten Schwierigkeitsgrad, beichern dieses und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wir starten einfach das Rennen und wir haben ja eine Runde eingestellt, also brauchen wir auch nur eine Runde absolviert. Damit ist das Rennen beendet. KI auf höchstes Schwierigkeitsgrad eingestellt und der Sieg, obwohl ihr keine Gegner habt, die für euch zählen. Das wiederholt ihr einfach zehnmal. Auf der Strecke von Indianapolis dauert das eben über eine Minute, also eine Runde, je nachdem was für ein Fahrzeug ihr habt und wie weit ihr es gelevelt habt und habt somit ganz schnell dieses Achievement auf, naja, sagen wir es mal so, einfache Art und Weise erledigt. Wenn euch das geholfen hat, dann würde ich mich gerne über einen Kommentar oder Like freuen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.